Die Suche nach den restlichen Kugeln geht weiter und unsere Helden treffen eine Mehrungfrau namens Marielle, die auf die Rückkehr ihres Verlobten Kainoa wartet. Als die Gruppe ihn sucht, erfährt sie von seinem Enkel, dass er schon vor vielen Jahren gestorben ist. Marielle weigert sich allerdings, dies zu glauben und besteht darauf, den Beweis mit eigenen Augen zu sehen. Marielle und Kainui treffen sich im Mondschein an einem stillen Strand und als die Mehrungfrau Kainoas Grabstein sieht, akzeptiert sie schließlich, dass ihr Liebster nicht mehr am Leben ist. Sie kleidert an Land und geht zu seinem Grab, um sich zu verabschieden. Nachdem sie endlich mit ihrem Verlobten wieder vereint wurde, wendet sich Marielle dem Meer zu und taucht hinein, obwohl sie weiß, was im Wasser aus ihr werden wird. Als die Blasen sich auflösen, fällt Kai plötzlich etwas ein und er läuft zur Hütte seines Großvaters. Unter den Habseligkeiten in Kainoas Hütte befindet sich ein Gemälde von Marielle und ein gefühlvoll geschriebener Brief. Nachdem er sie nun selbst kennengelernt hat, gesteht sich Kai ein, dass er weiß, wie sich sein Großvater gefühlt haben muss. Leider sollte Kainoa und Marielle ihre Liebe zwischen Mensch und Miriamfrau nicht vergönnt sein. Ja, das ist im letzten Part passiert. Das war sehr traurig. Wer das nicht gesehen hat, hat sehr gefühlvolle Szenen verpasst. Und damit begrüße ich euch zur neuen Folge von Dragon Quest XI. Das war echt sehr hart, die Szene, auf jeden Fall. Aber okay, das Leben geht weiter und demnach geht auch unser Abenteuer weiter. Ich will mal ganz kurz gucken, haben wir schon irgendwo jetzt neue Missionen, die wir annehmen können? Nein, okay. Das ist eigentlich gerade kurz interessiert. Und jedenfalls sollen wir jetzt wieder zu einer kleinen Insel, auf der Marielle eben war, auf der wir sie kennengelernt haben. Denn dort soll die Belohnung warten, die sie uns eben dafür geben möchte, dass wir ihr Kai gebracht haben. Ja, dass ihr jetzt erfahren habt, dass eben ihr Kai gestorben ist. Aber vorher würde ich noch kurz ein bisschen ins Dorf mit ein paar Leuten noch reden. Also da hätte ich noch mal mit allen irgendwie... Ich schätze mal, die werden alle neue Texte haben, aber mit so ein paar rede ich noch mal. Aber halt nicht mit allen, weil ich da auch keinen Bock drauf habe, mit allen noch mal reden zu müssen. Die meisten haben sich auch scheinbar nur solche Sprechblasentexte hier. So, ja, das ist echt schön. Ich finde so Kanu ist allgemein sehr interessant. So, was geht bei dir ab? Du schleppst da irgendwas, okay. Und bei dir so... Ähm... Aha. Weißt du wo etwas mehr, oder was? Oho! Okay. Du weißt es also. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Das heißt, der hat das damals scheinbar mit... Wobei er hat gesagt, dass niemand mehr da ist, der es damals mit erlebt hat. Hm. Ui. Damit kann man wahrscheinlich was schmieden, schätze ich mal, oder so. Aber würde ich jetzt nicht. Also in der pfiffigen Schmiede. Ha, wäre das gedacht. So, ich will noch kurz zu Kai. Ähm... Ja, ich weiß auch warum, aber das wird keiner von euch wahrscheinlich erfahren. Selbst beim stillen Strand... Scheinbar sind wir nicht hier, aber jetzt hier ist die Mutter von ihm. Kai Nui hat euch die Hürde seines Opas gezeigt. Was? Es ist eine ganze Weile her, dass jemand von außerhalb der Familie dort drin war. Also, wie hat euch mein altes Zuhause gefallen? Auf mich hat dieser Ort immer einen sehr einsamen und stillen Eindruck gemacht. Aber mein Papa, er zahl darin etwas, was ich nicht sehen konnte. Seine Bilder beweisen das. Weiß sie eigentlich von der Wahrheit? Hat sie den Brief? Äh, wahrscheinlich nicht, oder? Ich schätze mal nicht, dass er den Brief gelesen hat. So, äh... Ich will noch kurz... Zu dem Strand nochmal schnell zurückrennen, ob Kai da jetzt, äh, ist. Aber ich interesse, was er zu sagen hat. Sorry, dass ich hier so ewig rumdümple im Dorf, obwohl ich schnell schon jetzt doch hier weitermachen können. Oder könnten. Aber ich will halt möglichst alles gründlich hier ablaufen und spielen und so. Und, ähm... Ja, lass mir das deswegen nicht nehmen, mich nochmal hier umzugucken. Und da, ähm... Mir Leuten eben zu reden. Da oben steht er. Was sagst du denn jetzt Spannendes? Lieber Kai. So. Hm. Okay. Ja. Und mal sagt mein Team grad so. Marielle ist ins Meer zurückgekehrt und zu Schaum geworden. Ich frag mich, ob sie irgendwo da draußen noch auf den Wellen treibt. Kai Noah steckte ganz schön in der Zwingmühle. Ich kann ihn den Weg, den er einstuhl, nicht verübeln. Aber das macht es nicht weniger traurig, wenn es doch nur eine andere Möglichkeit gegeben hätte, wenn er und Marielle doch nur hätten zusammenleben können. Marielle hat gesagt, dass sie unseren Finderlohn dafür, dass wir Kai aufgetrieben haben, auf der Sandinsel hinterlassen hat. Sie hatte ihre Entscheidung bestimmt schon getroffen, als sie sagte, als sie herkommt und ihn sehen wollte. Mach dir nichts raus, Marvin. Du hast nur die Wahrheit gesagt. Da gibt es nichts zu bedauern. Die Meergefrau auf Kai Noahs Bild sah genau wie Marielle aus, weil sie es ja auch ist, schätze ich mal. Er kannte sie nur kurz, aber hat ihr Gesicht niemals vergessen. Wahre Liebe, wie gesagt. Kopf hoch, Junge. Was geschehen ist, ist geschehen. So sehr wie wir uns vielleicht auch wünschen, dass das anders wäre. Jetzt ist es wichtig, diese Trauer ohne den Zorn zu nutzen, um Dinge in Ordnung zu prägen. Das bedeutet, es ist ein wahrer Held zu sein. Jetzt sagt Kai, die Wahrheit über seinen Großvater kennt, wird er hoffentlich anfangen, die lächerliche Ablehnung der mehreren Frauen in diesem Dorf auf den Prüfstand zu stellen. Ja, aber das hat der alte Mann gesagt. Vielleicht wäre es besser, wenn die Leute im Dorf das nicht erfahren. Aber naja, er weiß. Wenn Kai das sagen möchte, dann soll er es sagen. Auch vor allem seiner Mutter wollte ich das eben sagen, was halt die Wahrheit hinter der ganzen Sache ist. Den anderen Dorf, wo dann vielleicht nicht unbedingt, aber ich hätte es mir an der Mutter auf jeden Fall gesagt, aber vielleicht weiß ich es ja auch schon. Hey, sie hatte damals mit ihrem Opa da gelebt und vielleicht hat er das ja gesagt, sie wollte es eben nur nicht Kai sagen. Und den anderen Dorf, wobei sie mit ihrer Geschichte Geld verdienen will und sowas weiß ich. Ja, haben wir von Kai erfahren, dass seine Mutter mit ihrer Geschichte da ihr ihr Geld verdient. Mit den Bildern, die da gemacht haben alles. Ja, okay. Was so Spannendes. Ah, okay. Können wir uns jetzt einfach da hinporten oder muss ich? Sehr schön. Ich muss ja nicht mit dem Schiff fahren. Das ist sehr, sehr praktisch. Und spart einiges an Zeit. Das ist doch wundervoll. So. Da ist ein Schatztor. Was da wohl drin ist? Stimmt irgendwie irgendwas, wo wir vielleicht untertauchen können zum Königreich der Mehrfrauen oder so. Keine Ahnung. Wir müssen mal gucken. Was ist denn da drin? So. Eine Hafer der Lorelei. Okay. Ähm. Lieber Freund, wenn man diese Teilen liest, dann heißt das, ich bin fort. Stimmt das, was du mir gesagt hast, kann ich nicht bleiben an diesem Ort. Ich danke dir für all das, was du für mich getan hast. Und bitte sei jetzt nicht betrübt. Nach meinem Kai bist du der beste Freund, den ich je hatte. Der Beste, den es gibt. Ich gab dir das Versprechen, dich zur Stadt der Mehrfrauen am Grund der See zu bringen. Diese Hafe wird es dir gestanden, auch ohne meine Hilfe zu ihr vorzudringen. Tief im Inneren des Binnenmeers befindet sich ein Strudel, der sich glitzernd dreht. Seegle über diesen Sog hinweg und spiele auf der Hafe, dann triffst du ihre Majestät. Bitte, sagt der Königin, wie glücklich ich jetzt bin. Es ist nicht nötig, dass die Gute weint. Denn endlich bin ich nun erneut mit meinem lieben Schätzchen Kai vereint. Wisse, dass ich dich auch immer da zu meinem Freundin zähle. Vielleicht sehen wir uns der einst wieder. Doch als erstes sage ich, liebe Wohl, Marielle. Wo ist denn da der Reim? Zähle, liebe Wohl, zähle Marielle. Nicht so wirklich. So, okay, das sagen meine Leute dazu jetzt. Wir müssen nur durch die Straße von Valor ins Binnenmeer fahren, den funkelnden Strudel finden und die Hafe der Lorelei spielen. Wenn wir uns darüber befinden, dann geht das nach Mergenfrauenhausen. Mergenfrauenhausen, genau. Warum drödern wir also immer noch rum? Na los. Immer wenn wir hier vorbeikommen, habe ich das Gefühl, als würde Marielle gleich aus den Wellen auftauchen. So. Okay. Oh, Ellie, du warst hübscher und tausendbereit sind da jetzt jede Perle. Das ist echt traurig. Okay. Ja, das ist wahrscheinlich wahr. So, wo ist denn der? Äh, äh, ich bin zu doof für das Menü. Hier. Die Stuhl, da kann ich gar nicht sehen, jetzt hier auf der Karte. Also, ich glaube, der, das, das war so ein, ähm, wie heißt denn das? So ein, so ein Anker im Meer, konnte man sehen. Ich hätte es mal, dass wir dann da sein. Also einfach so mit einem randomen Meer, aber irgendwie ein Anker, glaube ich, auf der Weltkarte. Ich hätte es mal, dass wir uns mal drüber segeln. Ah, dort, okay. Ach, da ist eine... Ach so, ich bin doof. Hey, was sind denn das da für komische... Punkte? Das ist, das sind ja so blaue Punkte. Also hatten wir das auch, aber manche Strudel, die wir jetzt benutzen können. Moment, das würde ich mal kurz abchecken. Hier ist zum Beispiel einer von denen. Kann ich da jetzt vielleicht reinfahren? Und auf den einen... Oh, da kommt der Kampfsaunt. Aber ich glaube, Feuer schreckt, weil ich mein Ton ein bisschen laut habe. Kann ich das vielleicht reinfahren und dann irgendwie weiterkommen oder so? Das würde ich kurz einmal nachprüfen. So. Sehr schön. Okay. Meinetwegen. So, dann machen wir einmal den Senkenschnitt auf den Plathotter. Sehr schön. Der Schaden. Das ist so geil, wie viel Schaden das einfach macht. Ach, ich liebe es schon so ein bisschen. So, du kannst leider nichts. Das ist schade. Dann... Ähm... Machen wir mal eine teuflische Versuchung hier auf den... Wie viel Schaden macht das? Zwölf. Au. Kannst du nicht mit Stein auf mich werfen? Ich gehe auf die Kriegsgreife. Auch wenn das andere Vieh... Weil das schon fast tot ist. Ich mache das gegen die halt mehr Sinn, weil es halt beide trifft. Und beide sind sogar tot. Sehr gut. Sehr gut. Und Tschüss. Hoffentlich. Ernsthaft? Ich... Wie viel hält das Vieh denn wieder aus? Nicht... Ich wollte Säuse machen. Ich dachte, ich wäre schon auf Säuse drauf, ich Idiot. Ach, egal. Jetzt aber, komm, weg. Dankeschön. So. Echt mal. Echt wonderful. Wie sieht es eigentlich mit Leveln aus? Ähm... Uh, bald die nächsten dran. Bald sind die nächsten dran. So, an der kleinen Insel war ich ja, glaube ich, schon. Jetzt ist so ein Strudel im Meer. Oder oben ist irgendein... Schloss oder was in der Richtung. Sieht aus wie Lego, oder? Sieht aus wie Lego irgendwie. Ähm... Ja. Wo bringt den wir jetzt hin? Ah, da tauche ich damit. Okay. Und komm, jetzt ist halt so ein kleiner See da. Ja, okay, alles klar. Aha. Das ist cool. Ja. Was ist jetzt hier? Sind jetzt hier mega krasse Monster? Oder was ist jetzt hier genauer? Mal gucken. Ähm... Le Académie de Medaillet. Und Mandala. Okay. Wo zum Teufel bin ich hier? Habe ich eine Chance gegen euch? Ich hoffe. Ja, okay. Das ist ganz meine Gegner. Ich will jetzt eigentlich nicht hier schon voll erkunden, wo ich noch gar nicht hin soll. Aber ich habe gerade... Also es ist... Es ist... Ja, reden. Es ist halt einfach fürs LP nicht so spannend, wenn ich jetzt hier irgendwo hingehe, wo ich noch gar nicht hin sollte eigentlich. Aber... Ich habe gerade voll Bock hier zu erkunden. Das ist eigentlich... Wahrscheinlich voll dumm. Weil... Es halt wirklich ein bisschen Zeitverschwendung vielleicht ist. Aber... Ah... Lass mich doch. Wenn ich das Spiel jetzt privat spielen würde, würde ich mich hier, wenn ich kann, sofort voll umgucken. Auch, wenn ich hier gar nicht hin muss, sage ich mal. So. Hier noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Kannst ja bloß... Was geht jetzt hier ab? Das ist ein kleiner Wald hier. Sieht aber schön aus. Mal wieder. Wie eigentlich immer. Dieses Spiel ist halt einfach wunderschön. Da kann niemand was gegen sagen. Ich muss auch noch hier irgendwo ein Monster zum Reiten finden. Na, da drüben ist eine Truhe. Wisst ihr was? Ihr könnt mich mal alle. Ich gucke mich jetzt hier um. Das kann jetzt nicht ein paar Parts lang dauern. Aber ist mir egal. Metallscheimritter. Uiuiuiui. Vielleicht werden es sich manchmal denken. Ja, aber folgt doch der Hauptstory. Aber ich bin halt so ein Typ, der will möglichst viel Nebenkram und sowas machen. Das heißt, hier vielleicht auch mal eine Sidequest, die ich annehmen könnte. Nö. Und ich meine, das Spiel hat mir jetzt den Teleporter in die Map eingezeichnet. Das heißt, das Spiel geht auch davon aus, dass man vielleicht jetzt schon hierher kommt, sage ich mal. Oh, Platin hat es ja schön. Da drüben ist ein Lager. Kommt aber schlechthin von hier. Das heißt, die mehreren Frauen in die Stadt kamen vielleicht noch ein bisschen da worden. Ich erkundete hier in den nächsten Parts lang die ganze See und also, was heißt die ganze See? Hier ein bisschen, überall und auf dem Meer noch ein bisschen und sowas weiß ich. Wir gucken mal. So, ist jetzt gegen euch eigentlich der Metallhieb sinnvoll? Weil ich weiß es nicht. Und das kann man ja ganz einfach am Schadensoutput sehen. 14. Wahrscheinlich eher nicht. Das sind ja auch keine reinen... Oh, ernsthaft. Das sind ja auch keine reinen Metallgegner, deswegen. Aber er hätte halt sein können. Ich weiß es ja nicht. Begone! So. Tür triffst du nicht, das war klar. Jetzt bring den bitte um. Sehr gut. Noch nicht einpennen. Zum Beispiel war er halt ein normaler Schaden gegen dich. Wenn ich mich treffe, 16. Ja, ein bisschen mehr als der Metallhieb auf jeden Fall. Das kann ich festhalten. Ich kann mal kurz Erik rauspacken. Ach, er will ja jetzt sowieso dran. Cool. So. Ähm. Dann Rio, mein guter. Du machst mir dann Säuse. Nein, nicht einschläfern. Mann. Bodo, hilf mir. So, also. Haut drauf. War klar. So. Folger Fußfeger und Abwrackattacke. Das ist auf jeden Fall neu. Mal gucken, wie das aussieht. Ich bin gespannt. Nice. Nice, nice, nicer Schaden. Würdest du bitte mal treffen. Jetzt heilt er sich auch noch. Um 31. 28 wieder weg. Sehr gut. Ja, jetzt geh weg. Oder auch nicht. Dafür jetzt. Dankeschön. So. Wundervoll. Äh, ja, okay. Ich geh jetzt mal zu dem Lager. Wir haben ewig nicht in meinem Lager übernacht. Haltfeld, der kam also auf. Deswegen. Werde ich jetzt bestimmt auch wieder ein bisschen. Mehr. Das ist ein grüner Punkt. Dort oben. Was ist für ein grüner Punkt? Ich hab keine Ahnung. Deswegen. Oh, wie schön das hier ist. Deswegen. Werde ich jetzt bestimmt auch ein bisschen. Viel Zeug. Aber ja. Wegen Schmiede. Ups. haben. Mach ein Item. Lade da auch ein Item drauf. Äh, da sind ein paar Stufen bei der pfiffigen Schmiede aufsteigen. Da liegt ein Item drauf. Sehr spannend. So. Ja, möchte ich. Was sagen meine Leute jetzt? So, nein. Hey Marvin, ich würde mir ja auch liebend gern die Welt ansehen. Aber vergiss nicht diese Kugel, die wir suchen. Du weißt schon. Die, die ja auf dem Meeresboden versunken ist. Wenn jemand etwas überweist an den Königin, der Meerungfrauen. Wie wäre es, wenn wir einen Besuch abstatten? Lass mich doch erkunden, Erik. Ich hab schon mal als Kind Hafer gespielt. Aber die Hafer der Lorelei ist ein vollkommen anderes Instrument. Sie erzeugt solch eigenartige Klänge. Wie ein Chor von Meerungfrauen. Die alle mit einer Stimme singen. Und mit der Melodie wieder halt. Ist höchst eigenartig. Ähm. Machen wir nicht unterwegs zum Meeresboden. Um die Königin zu treffen. Ich muss dir das hoffentlich nicht erklären. Aber das ist nicht dein Meeresboden. Ich glaube, du bist falsch abgebogen. Marielle sagte, der Stuhl, der nach Nautica führt. Was? Marielle sagte. Achso. Dass der Stuhl, der nach Nautica führt, im Binnenmeer. Hinter der Straße von Valor liegt. Im Ernst, Marvin. Hörst du überhaupt zu, wenn die Leute mit dir reden? Lass mich doch erkunden. Arrrr. Werde gedacht, dass ich die Schnucke, Schnucke, hm? Schmucke Stute mal in einem klitzekleinen See befinden würde, der an allen Seiten von Bergen umgeben ist. Die Wunder dieser Welt erstaunen mir. Steht das Neue. Mich auch. Die Chams Sauvages, Sauvages, was auch immer. Deine Erinnerung wach. Bodo und ich haben diese Felder und Täler auf unseren Reisen schon einige Male durchquert. Okay. Bist du betrunken? Was machen wir überhaupt hier, Junge? Ach nee, der übt seine Kampfstellung oder was? Wollen wir nicht rausfinden, was bei dieser auf dem Meeresboden versunkenen Kugel geschehen ist? Ich hatte mich schon darauf gefreut, die Königin der Mehrfrauen zu treffen und sogar meinen Schnurrbart gekämmt. Mann, lasst mich doch mal erkunden, Leute. Ihr seid immer alles so, ja, mach Hauptsorri, bbbb. Aber ich will erkunden. Oh, ich kann... Ui. Ui. Aber bevor ich mir was kaufe, gucke ich erstmal, was ich eigentlich alles hier herstellen kann. Geht bestimmt einiges. So, das war klar. Um sieben Punkte. Knisterkracher. Ah. Okay. So, Waffen bitte. Ich möchte Waffen machen. So. Also habe ich hier auch mal was besseres. Die Brandklinge natürlich. Okay. Dann versuchen wir die mal. Hoffentlich klappt das. Irgendwie. Das sieht jetzt nicht so schwer aus. So. Ähm. Ein doppelt starker Schlag auf ein Fels. Hatte ich nie mal was gelernt. Was. Eigentlich. Ah, sehr gut. Habe ich nie mal was gelernt, was eigentlich ein bisschen, ähm, okay, wir machen das fertig. Habe ich nie mal was gelernt, was eigentlich weniger Schaden macht? Ja, bin ich. So. Gelungen. Sehr schön. Plus zwei sogar. Ui. So. Beim Messer kann ich hier, ne, da kann ich nichts Geiles. Guck mal, ne, guck mal an, will ich eh nicht. Zauberstäbe, nix so gut, nicht so gut. Deutsch. So, den ja, hat sie eh schon, okay. Spera. Ich mach den, glaub ich mal. Wenn ich, hab, über zwei, gäbe es kein Ohr nur einmal, dann mach ich doch nicht. Ja, im Peitsch rühst ich eh nicht aus. Das heißt, ich kann mir noch eine schöne Brandklinge für Rio machen. Ja, mach mal. Ich meine, ich könnte sie auch kaufen, aber ich kann sie genauso gut herstellen. Deswegen mach ich das mal so. So. Ach, hier, Blödsinn, äh, mit, ah, okay, das ist klar. Alles klar. Sehr gut. So. Na, Blödsinn, komm. Ah, das ist ein bisschen drüber. Ein ganz neines bisschen ist das drüber, verdammt. So. Oh. Oh. Das ist nicht ich so geil. Ich hab jetzt nicht drauf geachtet, wie viel... Oh, der kostet acht. Der hat zehn. Ui. Das hab ich nicht bedacht. Ja, dann ist das nicht so geil. Das würdest nur... Also entweder gab gar nichts plus oder nur plus eins sein. Wenigstens gelungen. Ja. 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 Gar nichts plus. Okay, meinetwegen. So. Ähm. Ich rüste erst mal aus. Ausrüstung. Du bekommst... eine Brandklinge plus zwei. Du bekommst die normale Brandklinge. Bitte. Wo ist denn die? Wo ist denn die? Wo ist denn die? So. Ich mag es, wie Rio da steht. Es fällt mir etwas auf so richtig. Aber ich fühle mich eigentlich ein besseres Ding irgendwie. Nee. So. Ich glaube, ich geh bei Bodo wirklich auf die Eisen klauen. Bei der Angriff würde ich mal so stark steigen eigentlich. Die magische Macht würde voll sinken. Nee. Das ist nicht so sinnvoll eigentlich. Habe ich noch irgendwelche Sachen, die ich eventuell an... Übst, keine Waffen, eine Rüstung herstellen kann? So. Hier ist nichts besser. Der wäre besser. Habe ich auch genug Material für? Deswegen mach mal. Mach mal. So. Ui. Das wird jetzt Harz. Das irgendwie ordentlich hinzukriegen. Nein. Das ist viel zu sehr drüber. So. Oh Mann. Ich soll auf meine Potentialkosten achten. Yes. Perfekt. Auch ein bisschen drüber. Oh. Ich habe noch eins gar nicht beachtet. Scheiße. Ich habe ein... Feld noch... Das habt ihr euch gar nicht bedacht. Verdammt. Ups. Das liefert nicht so gut. Ich habe nur bedacht, dass ich gerade ein Feld noch gar nicht hatte. Ein Stahlschild. Den arbeite ich nochmal um. So. Ausrüstungspulse. Stahlschild. Ja. Ich will nochmal besser machen. Das habe ich gerade echt verkackt. Dann... Ui. Dann gehe ich auch... Diesmal... Nicht so krass auf meine Bonus-Techniken. Mann. Ja. Sehr gut. Gut. Das kriegen wir nochmal hin. Dann ist es wenigstens Trainer. So. Das müsste jetzt... Das... Das müsste jetzt wenigstens plus eins kommen. Plus eins. Das wäre mir schon... Lieber. Oh. Und sogar plus zwei. Geil. Sahüte. Habe ich hier noch irgendwas Besseres? Ja. Mach mal. Für den guten Erik. So. Also. Okay. Wir machen jetzt den Zwillingsschlag. Fast. Gut. Boah. Ist ein bisschen drüber. Verdammt. Liegt nicht so gut. Ja. Sehr schön. Das gleicht das... Wieder ein bisschen aus. Warte mal. Ja. Es geht noch sehr gut. Ich kann auch nicht... Ich war ja in den Bereich rein. Verdammt. Und wie viel ist das jetzt? Ist das jetzt? Ist das schon kein guter, oder? Mir ist es gelungen. Ja. Nur ein ganz normaler. Den will ich auch nochmal umarbeiten. So. Weil das geht besser, definitiv. Ich habe ihn gerade einfach... Er weiß nicht. Ich muss das Schmieden noch ein bisschen lernen, irgendwie. So. Ja. Das ist okay, so. Ah, schade Ja, okay Das ist wenigstens besser als es von gerade eben, glaube ich Weil jetzt hier alles gleichmäßig ist Und nicht so kaputt und mal nicht kaputt Wie vorhin eben So Ja, plus eins, guck mal Okay, was haben wir noch, schönes Hüte Ähm, Zipfermütze Bäm, 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 bäm Wer wäre für Dings besser, für Rio Aber nur noch mal einen Punkt kommen Das können wir ja für Rio machen Aber die zwei Punkte kommen, das ist Wobei, ich kann es auch noch besser machen, im Prinzip Ja, okay, komm Wir versuchen es mal, wir versuchen es mal Ich will jetzt eigentlich nicht so viel Zeit hier Damit verschwenden Mit Den, ähm Schmieden Aber Nee, Quatsch Das hier will ich haben Aber Es muss heute mal sein, weil Ich bin jetzt hier voll Im Schmiedefieber Ja, sehr gut Ja, ich mach's so fattig Das wird sonst nicht so Das wird sonst so gehen 100 pro Und das wollen wir ja nicht Plus zwei Ich bin erinnert, das hat um plus eins gedacht Aber plus zwei ist voll okay, sehr schön Hm, Kleidung So Haben wir hier noch irgendwas Geiles Ein rotes Rüschenkleid Ach, dann mach halt Ich mach heute so viel Stuff hier Waren eigentlich Das können wir ja mal Offscreen machen eigentlich Vielleicht Ist das So Für den Part halt Nicht so spannend Oh Gott Das wär fast Trübe gegangen Muss da ein bisschen Aufpassen Das geht jetzt drüber, oder? Okay, alles gut Komm, bleib drinnen Okay, meinetwegen Das passt so Wird wahrscheinlich Entweder plus eins Oder gar nichts sein Ich hetze auch eher auf gar nichts Weil ich halt schon Okay, alles klar Schon ein bisschen drüber war fast Aber okay Ich schätze das Spiel schon mal falsch ein So Ui, der wäre geil Für Rio Dann machen wir das Was immer würde ich sagen Ähm Machen wir das Jetzt drauf Dann ein Zwillingsschlag Oh, das ist aber sehr Oh, okay Das geht hier Sehr Schwach Voran Halb so stark Okay Fuck Ja, weil das hier so Schwer vorangeht Sag ich mal Ja, dann ist das halt nicht gut Aber Die Leisten haben sich viel Schwächer geführt Als sonst immer Hahaha Schwach Ja Den versuche ich nochmal umzuarbeiten So, ja, mach mal Oh, das soll doch jetzt Jetzt eh nicht besser werden Wie mache ich Ich mache schon mit normalem Schmieden Relativ Viel Da brauche ich im Prinzip Nicht das Was ich vorhin gemacht habe Wow Halb so stark Dankeschön Oh, vorn Ging's auch besser Definitiv Ja, ich kann das halt nicht draufhauen Ja, der wird jetzt nicht mal annähern Ich glaube, der wird auch scheiße Also, der ist definitiv scheiße Das ist genau so geblieben Ja, okay Da Äh Kann ich vergessen Irgendwas zu machen Das wird nichts mehr Ja, ich Ich gebe jetzt auch erstmal auf Ich mache das mal hier noch ein bisschen ausrüsten Du bekommst nämlich dein Stahlschild Das war Brandkling Aber hier schon ausgerüstet Ups Habe ich noch was Besseres irgendwo Hier voll die magische Macht Und sowas höher wäre So, Jade Oh, du hast auch noch kein Kein Accessoire Dann viel Spaß damit Ja Ups, nein Auf automatisch ausrüsten Nix Nicht automatisch ausrüsten Das mag ich nicht So, Netzstrümpfe Viel Spaß damit So Hier habe ich doch Irgendwas Besseres gemacht Oder? Das Rüschenkleid Genau Äh, Rüschen Ja doch Rüschen Hast du auch einen besseren Und dem wollte ich der Rio geben Den Hut Stimmt Ähm Pelzponcho Habe ich auch nichts Besseres So, ich hier mal was Besseres irgendwie für dich Scheinbar nicht Aber ich habe dir noch einen Ja, ich habe dir noch einen Helm gemacht Genau Den hier Sehr gut So Und dann bekommst du Deine Maske der Mobilität Mach zwar deinen Charme runter Aber ist mir egal So Aber ich habe noch irgendwas Besseres für dich vielleicht Die Mantel Ich habe deine Art Halt anzüglich gemacht Genau So Ich habe Mantel des Meidens dabei Das wusste ich gar nicht Da wäre doch bestimmt für Dings besser Für Ne, stimmt Den hat sie Ich habe das Okay Ich habe das gleich gemacht Genau Das ist klar Okay Ähm Ja Kaufen muss ich eigentlich nichts mehr Ich habe jetzt bessere Ausrüstung Ich habe eine bessere Dolch Ich kann mal für Für zwei Punkte Ist das glaube ich auch nicht So wichtig Blitzstab Dreizack Für Jails Nehme ich auch mit So Ja das passt Das passt alles So Dann übernachten wir einmal Ups Und dann geht es Nächsten Part weiter Wo wir uns hier wahrscheinlich ein bisschen umgucken werden Ich habe jetzt heute sehr viel in der fünftigen Schmiede gemacht Das tut mir auch irgendwie leid Weil Ist halt nicht so spannend zum Anschauen Sag ich mal Aber Trotzdem Ist jetzt passiert Und deswegen Ist es so Also das sind Bla reden Das sind wahrscheinlich jetzt die blauen Schleime Damit die sich zum Königsschleim machen können Königsschleim machen können Hinten geht euch nach truhe Kann das sein Die ich noch kurz mitten Dann geht es nächsten part weiter Ja und hinten die genau Steine geschlucht So Sehr schön Ja ich hoffe ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein Da wird es definitiv spannender Vielleicht gehe ich da auch doch schon zum Ja Jungfrauenkönigreich Mal gucken Bis dann Ciao Euer Viro Tschüss